hallo youtube ja ich muss kurz mal was loswerden und zwar als erstes mal frohe weihnachten nachträglich ja ich hab's irgendwie erst mal verpeilt überhaupt ein video aufzunehmen für weihnachten so eine frohe weihnachten video und so ja hätte ich ja zum 24 dann online stellen können und so weiter habe ich ihn verpeilt muss ich zugeben ist mein fehler gewesen am 25 also bisschen 24 war ein bisschen beschäftigt 25 war es dann so dass dass ich ja ein neues spiel das ich habe ein bisschen gesuchtet habe ja das gehört auch so ein bisschen dazu ja jedenfalls dann ja am 26 wurde ich krank ich habe keine ahnung woher ich war ja nirgends also ich war am 24 nirgends und ich war am 25 nirgends ja ich habe keine ahnung wo ich das her gehabt haben soll war so wagen dann zurücks ich war dann tatsächlich drei tage lang habe ich aushalten müssen ohne zu essen und jedes mal beim trinken musste ich aufpassen dass ich nicht einen schluck zu viel nehme weil ich sonst wieder rennen durfte und es kam alles wieder war nicht ganz so schön die zeit ja dann hatte ich noch fieber dazu und kopfschmerzen und allem drum und dran ich bin auch jetzt noch nicht so ganz fit der 30 heute jetzt ja sind jetzt fünf tage oder beziehungsweise ja 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 fünf tage und ich wollte eigentlich zum 31 einen großen silvester stream machen und wollte eigentlich noch groß hier auf youtube ankündigen und mein twitch account verlinken und so weiter und so fort habe ich ja nicht sowieso irgendwo in meiner beschreibung glaube ich drin ich hoffe es doch zumindest ja aber ich weiß noch nicht ob das stattfinden wird ich kann es nicht nicht mit sicherheit sagen wenn ich heute wenn ich das heute machen müsste ich würde sagen geht nicht keine chance schaffe ich nicht also ich setze mich jetzt hier zehn minuten hin ja okay aber ich dass ich mich jetzt ein paar stunden hier hinsetzen und das zocke das sehe ich heute nicht und ja morgen muss mal schauen ich ich war die ganze woche nur im bett gelegen ja jetzt muss man gucken morgen mal noch einkaufen das steht mal noch an bevor dann der erste ist und dann ist wieder sonntag und dann montag muss ich wieder arbeiten natürlich genau schön im urlaub krank gewesen toll da freut sich die krankenkasse klar könnte ich jetzt sagen okay ja ich lasse mich nachträglich noch kranken melden für diese woche und so weiter aber das problem ist doch an der stelle also das problem was ich dann habe ist an der stelle dass ich durch den tarifvertrag zusätzliche tage urlaub habe und die muss ich in dem jahr in dem sie mir zustimmen nehmen das heißt ich musste dann auch genehmigt bekommen in dem jahr jetzt wurde das halt das ganze jahr ein bisschen verschoben immer mal wieder und ja jetzt dachte mir halt ja gut wenn das schon so ist dann schnellste den ganzen schnippchen und sagst okay dann nehme ich auch weihnachten frei hat auch geklappt also ich hatte frei ganz klar super genutzt zu hause im bett ausgeruht kann man sagen nicht wirklich ja also ausruhen ist was anderes ja aber das wisst ihr alles selber brauche ich ja kein erzählen ja wollte nur kurz ein update machen kurzen kurzen status bericht wie es gerade aussieht ja ja zur allgemeinen lage so in deutschland gerade muss ich sagen ich finde es wahnsinn ich finde es wahnsinn also es sind leute an den weihnachtsfeiertagen und an weihnachten selbst auf der straße gewesen und haben demonstriert wann war das denken wir mal eine geschichte zurück wann war das das letzte mal also ich kann mich nicht daran erinnern es wird in in den dörfern demonstriert die 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 ja 2000 einwohner oder so haben mit 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 300 400 leuten wann war das schon mal ich kann mich nicht daran erinnern dass das jemals war also solange ich lebe gab es das nicht also es ist einfach es ist wahnsinn momentan und ich muss sagen wenn man sich anguckt wie widersprüchlich das ist was auf dem fernseher so gezeigt wird und in den in den zeitungen steht und und berichtet wird wer kann das nicht nachvollziehen dass dann leute sagen leute jetzt reicht es wir gehen jetzt auf die straße das schöne ist ja auch es wurden ja zum 28 jetzt die die regeln noch mal verschärft und obwohl die zahlen ja eigentlich rückläufig sind der eigentlich genau das gegenteil von nöten wäre wahrscheinlich halt weil die leute halt zu hause sind und und nicht in der arbeit weil ich denke dass sich viele halt hauptsächlich in der arbeit anstecken also könnte mir vorstellen weil da bist du doch mit vielen leuten zusammen bist du privat wandmann wenn du privat irgendwo bist wie viele leute triffst du da ganz dumm gefragt kann man meistens so an ein oder zwei händen abzählen dann war es das doch in der arbeit sie ist da doch ein paar mehr meistens kommt darauf an wo man arbeitet ist auch wieder klar aber ja naja egal will ich mal nicht näher darauf eingehen also ich finde es einfach nur wahnsinn und ich muss sagen ganz großen respekt vor den leuten die sogar an solchen feiertagen an denen die meisten halt einfach nichts tun wollen oder am liebsten eben zu hause sind oder so da auf die straße gehen und und ja nicht unbedingt nicht unbedingt nur gegen die impfpflicht demonstrieren sondern auch für das recht auf freie meinungsäußerung so weit muss man mal gehen eigentlich denn in sachsen zum beispiel sind ja sämtliche demonstrationen komplett eigentlich verboten und deswegen sind die ja meistens alle nicht angemeldet auch in anderen teilen deutschlands eben nicht mehr angemeldet weil die ihm sagen okay wir sind da jetzt sind wir jetzt einheitlich oder nicht also wenn die in sachsen auf die straße gehen ohne dass sie es anmelden weil sie eben gar nicht dürfen ja dann machen wir das woanders eben auch so das kann ich irgendwie schon verstehen und dass die polizei jetzt sogar sagt also die haben ja jetzt sogar ein brief geschrieben also dass das sie nicht in der mitte stehen wollen von diesem politischen streit und und da eben ja die die leute gängeln müssen sozusagen weil die politik unfähig ist da irgendwie eine maßnahme zu ergreifen oder oder mal klartext zu sprechen ich meine wenn man mal die worte von unseren schönen gesundheitsminister nimmt die wahrheit bedeutet oft den politischen tod ist man doch schon was los ist eigentlich also ja naja finde ich alles ein bisschen schwierig aber wir sollten wir sollten glaube ich auf das ich wollte nur ich wollte meinen respekt dem aussprechen an die leute die da die da auf der straße sind also wahnsinn und es werden immer mehr es werden immer mehr und ich kann es wie gesagt ich kann es absolut verstehen wer jetzt bei mir den youtube kanal ein bisschen verfolgt hat oder noch verfolgt es kommen ja noch folgen von vintage story und so weiter da haben wir auch das ein oder andere mal über diese impflicht geredet und die was impfen und die was im krankenhaus behandelt werden und so weiter dann denke ich wisst ihr ungefähr wie ich eingestellt bin zu dem ganzen also ich ich tatsächlich bin der meinung dass jeder das risiko selbst abwägen müsste ob er sich ja dem risiko der impfung gestellt oder dem risiko der infektion ja ja ist einfach so und das muss halt jeder selber für sich meiner meinung nach entscheiden und das deswegen ja ja ist ja ist halt so ja vor allem weil halt anders wäre es anders wäre es wenn die impfung helfen würde wie bei bocken masern oder sowas da würde ich natürlich schon sagen okay da verstehe ich es da kann man nicht machen bei bocken zum beispiel hat man ja mit der impfung tatsächlich bekämpfen können und ausrotten können die masern zum beispiel kann man mit der impfung auch potenziell ausrotten denn wenn man geimpft ist bekommt man die masern nicht mehr und man kann die auch nicht weitergeben ja wenn man jetzt mit mit den covid impfstoff geimpft ist bekommt man es ja trotzdem und man kann es ja trotzdem weitergeben also macht ja gar keinen ja für für das was es an anfangs beworben wurde dass man sich impfen lassen muss um seine nächsten zu schützen das funktioniert ja dann gar nicht das passiert ja dann in dem moment gar nicht und das ist ja das das ist ja der der witz an der ganzen sache wenn man sich dann die nachrichten anguckt und denkt man sich so gott leute ernsthaft ja ja ich kann ich kann ich kann auch keine ich kann es nicht mehr angucken es ist einfach so ich 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 schaue seit seit ungeschein einer woche schaue ich keine nachrichten mehr direkt auf dem fernsehen an weil ich ich kann es ich kann es nicht mehr hören ich es ist beziehungsweise eigentlich schon länger eigentlich schon länger also gezielt nachrichten schaue ich schon länger nicht mehr ich habe früher tatsächlich gerne direkt die nachrichten eingeschaltet und direkt eben dass ja damit ich es mitbekommen was denn jetzt los und so weiter aber ich muss gestehen ich bin mittlerweile so ja so voll mit dem zeug dass ich es gar nicht mehr hören und sehen will und ja es tut mir leid dass ich jetzt da auch schon wieder damit angefangen habe aber jetzt ich musste einfach anschneiden ich muss einfach ich muss es musste einfach raus weil ich halt ja den weil ich halt eben meinen respekt sollen wollte ja dann was wollte ich noch sagen ja einen guten rutsch ins neue jahr ich hoffe wir sehen uns im neuen jahr wieder also youtube-kanal wird noch eine weile weiterlaufen auch selbst wenn jetzt bei mir irgendwie mit meiner krankheit die ich momentan habe irgendwas noch nicht so ganz funktionieren sollte und ich keine ahnung einige wochen außer gefecht sein sollte oder so keine angst dafür habe ich gesorgt also läuft eine weile weiter zum ersten läuft dann ein uralts game an da könnt ihr euch schon darauf freuen wer sich so ein bisschen auf retro freut ja das ein spiel aus meiner kindheit würde ich sagen also kind naja jugend jugend vielleicht naja naja irgendwie sowas ja also es ist nicht es ist nicht so alt aber es ist alt sagen wir mal so also es ist kein dos spiel äh ja ja genau was ich dazu sagen wollte das geile ist ich habe diese windows kiste die windows 10 kiste habe ich so dermaßen verbürzt ja also ich habe da dem was in der register um gespielt damit das ding endlich gelaufen ist habe das dann ja an habe das dann laufen lassen eben die kiste mit dem spiel habe nur zwischendrin mal gespeichert und so weiter habe dann am nächsten tag oder so eben mein aufnahme pc wieder angemacht und habe dann weiter weiter aufgenommen und als ich dann die kiste runter gefahren habe ich habe die nicht mehr gestartet bekommen ich musste das windows neu aufsetzen aber gut das war mir von vorherein schon fast klar katze was ist los ok ja jedenfalls das war mir von vornherein schon fast bewusst dass das passieren wird und mir war auch bewusst dass das ding so wie es war niemals irgendwie internet sehen durfte weil es waren sämtliche sämtliche sicherheitseinrichtungen die man umgeben konnte oder ausschalten konnte waren deaktiviert und umgangen und und umgang mit dem kodex von arno darzimmer installiert und 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 also ihr könnt es euch gar nicht vorstellen ja jedenfalls es hat funktioniert ich konnte es installieren ich konnte es spielen hat funktioniert ich bin ich bin richtig glücklich darüber dann ja ich wollte noch ein anderes spiel zum laufen bekommen ich habe mir das auch über steam geholt echelon aber das leider muss ich gestehen nicht mal über steam läuft es nicht mal über steam bringe ich es zum laufen vielleicht mal schauen vielleicht bekomme ich es ja doch irgendwie hin ich weiß noch nicht ja ja dann zu deki wollte ich mir noch anschauen oder wollte ich unbedingt spielen auch da habe ich ein bisschen schwierigkeiten gibt es auch bei steam habe ich mir jetzt aufgrund der erfahrung mit echelon nicht gekauft ich habe es ja hier liegen ich habe die originalsidee von arno darzimmer hier und die funktioniert auch und ich kann das spiel auch installieren aber ich sobald ich es starte geht es halt nicht weiter und jetzt weiß ich nicht genau woran es liegt ich bin da noch am suchen ausprobieren habe jetzt natürlich das in dieser woche wachen wollen ja in der ich jetzt urlaub hatte aber dazu bin ich ja nicht gekommen ich lag ja nur dumm rum selbiges mit einem von mir selbst ja kreierten rpg das ich ja mit der community ein bisschen spielen wollte sofern interesse da ist auch das liegt auf oder ist auf eis gelegen es wäre soweit gewesen dass ich einen ersten testlauf machen wollte das auf einen auf einen webserver drauf spielen wollte und ja mal eben das ein oder andere ausprobieren wollte auch so ein testlauf halt machen wollte mit mit einer person aber es war halt echt es tut mir leid also ja wir müssen da uns mit anderen sachen begnügen aber ich kann euch vertrösten es wird was gutes kommen es wird was neues kommen auch ist ich habe ein ja dieses neue spiel das ich gesuchtet habe also ich weiß dass ich da das ok nicht bekommen werde dass ich das online stellen darf so das heißt aber nicht dass ich nicht darf ich weiß noch nicht ob ich darf so so ist es nämlich also das problem ist ich habe eine e mail hingeschrieben und habe eine automatische e mail zurückbekommen aufgrund von zu vielen anfragen und der kleine das ja der kleinen größe des teams also sind nur so ein paar leute können die wohl momentan nichts beantworten und werden auch meine e mail nicht beantworten ob ich da von den videos aufnehmen kann das problem ist ich habe auch keine euler dazu gefunden das ist ja ganz doof zu jedem spiel gibt es so eine euler zu jedem verkackten spiel seht verkackten programm gibt es so eine euler oder war zumindest früher mal so beim installieren wurde ihm die früher wurde die immer gleich angezeigt hier jawohl ich akzeptiere und alles gut konnte man nicht durchlesen konnte man schauen jawohl was ist denn alles verboten was ist erlaubt ja da wünsche ich mir die guten alten seiten vom installer zurück und nicht dieses ja steam und und wie heißt es andere was was noch gibt epic und hau mich blau alle anderen halt auch wisst schon diese ganzen installer halt ja egal jedenfalls da werde ich noch drum kämpfen also da habe ich auch jetzt eine idee wie ich es machen könnte oder wie ich an die erlaubnis kommen kann ähm ich werde noch ein bisschen suchen ob ich nicht vielleicht doch irgendwo eine eine lizenzvereinung finde in der irgendwas drinsteht dazu aber gut das sind wir überraschend da wenn es kommt kommt was gutes also mir zumindest gefällt es wahnsinnig gut ähm mit brit bin ich momentan in anachion ein bisschen unterwegs also wer da hinzu kommen möchte wir haben jetzt keine festen seiten aber äh ja wenn jemand dabei ist der regelmäßig online ist oder so äh dann kann er uns ja vielleicht äh und dann äh können wir ja zusammen äh mit dem jeweiligen charakter dann loslegen äh ja müsste ich mal den namen noch bekannt geben von uns beiden ne ja äh genau und was sonst noch was gibt es sonst noch neues ja guten rutsch habe ich schon gesagt ich hoffe wir sehen uns im neuen jahr genau das war es eigentlich das war eigentlich alles ja was ich so mitteilen wollte genau und jetzt muss ich auch echt aufhören weil ich merke schon wie ich jetzt momentan wieder richtig zum schwitzen anfange weil ich total erschöpft bin vom hier sitzen ja also es wird Zeit für mich wieder äh die vertikale aufzusuchen es ist furchtbar es ist einfach schrecklich aber gut ja was will man machen ja was will man machen ja was will man machen lächeln und winken ciao ciao genau so macht man das ciao genau also bis ins neue Jahr dann ach ja was ich unbedingt noch mit euch spielen will oder was heißt mit euch spielen hier auf dem Kanal bringen will ist Stoneheart ich weiß nicht ob es der eine oder andere kennt das muss auf jeden Fall noch auf dem Kanal drauf würde ich sagen aber ich hätte gerade so Bock drauf aber ich ja hm und unter der arbeitszeit also unter der wochen unter der woche wenn ich dann arbeite und so ist halt auch immer doof ja wenn man halt schon erschöpft ist wenn man heinkommt und so und dann ja dann will man halt immer nicht so sehr lange noch irgendwie zocken beziehungsweise beziehungsweise muss ich mal jetzt demnächst mal schreiben und mich mal entschuldigen dass ich mich so lange nicht meldet habe der denkt sich bestimmt ja jetzt hat er mit mir ja angefangen online zu spielen und jetzt meldet er sich nicht mehr was ist denn da los ja naja wir haben uns so gefreut eigentlich drauf also wir wollten auch ein bisschen online spielen wir hätten ja beide Zeit gehabt eigentlich hm also das wäre alles unter einen Hut gegangen ich hätte halt vormittags hätte ich halt meine meine Programmiersache gemacht und und die Sache mit dem FPG was ich da gesagt habe mit dem ausprobieren und so weiter und so fort dazu muss die Person mit der ich das mache nicht unbedingt auch zur gleichen Zeit online sein ähm dann äh hätte ich so nachmittags wahrscheinlich wäre ich dann übergegangen hätte so ein zwei Folgen von irgendwas aufgenommen oder so äh und dann zum Ende des Tages hin hätte man halt den Tag vielleicht ein bisschen mit Anachionnen ausklingen lassen weil das ist immer so ein bisschen das ruhige Spiel so zum runterkommen ähm klar man ballert und schießt und aha aber das ist trotzdem ähm ja eigentlich ja es geht ja es ist er greift ja selbstständig eigentlich an ja gut als nanotechnischen was ich jetzt in dem auch in diesem Fall gewählt habe als klasse ist das nicht ganz so der Fall im Anfang schon aber später dann nicht mehr da muss man dann viel selber machen aber gut das werden wir alles irgendwie hinbekommen ähm das sollte sich in Grenzen halten so die Tasten 1,2,3,4 spammen das äh sollte ich hinbekommen ja das ja und wenn man halt mal stirbt ist auch nicht so schlimm bei Anachionnen das passiert so viel nicht ja genau ähm war sonst noch irgendwas ach Gott ich habe viel zu viele Spiele die ich eigentlich äh ja online bringen will die die ich ähm aufnehmen will die ich ähm zeigen will es gibt einfach viel zu viele gute Sachen es ist es ist der Wahnsinn ähm genau ja so Gedanken wieder sortiert alles durch alles durch ja dann jetzt aber wirklich ne lächeln und trinken wir sehen uns dann im neuen Jahr äh oder eben zum Silvester-Stream auf Twitch da müssen wir mal gucken äh Parnetbeter ne wisst ihr ja also da sollte man mich finden ist der ist der kleine äh der kleine dicke Hamster kennen wir ja schon genau ähm was war sonst genau ich hatte vor ähm ja ich hatte eigentlich vor morgen sehr sehr lange zu streamen das heißt ich wollte anfangs äh beginnen mit mit Arorion weil ich ja das versprochen hatte dass wir das zu Weihnachten oder so mal wieder spielen und das auf irgendeinen Public Server den es halt gibt einfach mal loszulegen und zu sagen hey komm Leute wenn ihr dazu kommen wollt macht das ist okay äh ich bin auf dem Server äh wir legen mal los ne dann hätten wir alle vielleicht miteinander spielen können aber wie gesagt ich hab's jetzt nicht ankündigen können und äh und wollen weil ich ja so wie wie ich fertig war ganz ehrlich und immer noch ein bisschen bin ich weiß nicht ob ich morgen Arorion spielen kann und wenn ich spiele wie lang ähm deswegen möchte ich das vielleicht sogar über den Haufen werfen diese Idee und möchte vielleicht ganz was anderes machen ähm wenn ich denn was mache wenn ich denn was mache ja müssen wir mal schauen ums Weltall ums Weltall könnte es sein dass sich's dreht wer hier auf Youtube ein bisschen meinen Kanal verfolgt hat weiß auch schon vielleicht welches naja wobei ich hab viel Weltraumspiele gespielt schon wenn ich so überlege oh Gott da ist ja einiges da ist ja einiges das fällt es mir erst ein ich muss mal Steam starten und ich muss mal gucken was ich denn für Weltraumspiele überhaupt alles so so hab die ich schon äh die ich schon ich könnte auch auf Youtube gucken ne dann wäre vielleicht einfacher na ist egal mach ich jetzt nicht ähm ich mach auch Steam jetzt nicht äh ich guck jetzt nicht alles nach also wir haben ja auf jeden Fall Astrony haben wir ja schon gespielt dann haben wir schon ja gut Satisfactory naja ist ja ist ja nicht so wirklich Weltraum ist eher so auf einem Planeten äh aber das ist ja auch so ja Fortresscraft ist ja auch auf einem Planeten also ist auch nicht so sehr Weltraum dann haben wir noch ähm dieses Dardeos haben wir gespielt äh zwar nur in der Demo aber trotzdem auch das haben wir gespielt dann haben wir Mune Base haben wir gespielt äh wir haben Körbel gespielt wir haben Arvorion äh puh X-Beyondi Frontier haben wir gespielt die ersten zwei Teile den dritten Teil habe ich versucht naja mal gucken vielleicht bekomme ich das auch noch hin dann mit der neuen Kiste oder was neun Kiste mit der Test Kiste die ich ähm ja die die meinetwegen äh komplett zu Schrott werden kann das ist mir egal ja also das Windows das kann sich komplett aufhängen oder komplett zerschießen das ist mir eigentlich ziemlich egal solange ich das Ding neu installieren kann ist alles gut das will ich halt mit meinem Hauptrechner nicht unbedingt machen ist ja auch klar also ich glaube das versteht jeder ähm ja was allerdings da wieder schade ist ich glaube X3 braucht schon ein paar Ressourcen ja ich glaube das ist dann schon so dass das auf dem kleinen Rechner den ich jetzt hier habe als so Testing als Spielball meiner Willkür äh ja nicht ganz so toll was ein bisschen schade wäre wenn ich ehrlich bin eigentlich war es ein ziemlich cooles Spiel trotzdem äh schade dass es halt nicht mehr dass ich es nicht nicht so zum Laufen bekommen wie ich es gerne hätte das gleiche das gleiche mit Sudeki auch ach da muss ich unbedingt da bleibe ich dran das sage ich euch da bleibe ich dran also Sudeki braucht die Anforderung glaube ich nicht die X3 hat glaube ich weiß ich nicht glaube ich von der Zeit her ist Sudeki auf jeden Fall wesentlich früher gewesen hätte ich gesagt das müsste so X2 gewesen sein vielleicht oder? oder täuscht mich das gerade mein ja ich meine es kann ja auch sein dass das dass ich das einfach zu einer anderen Zeit erst entdeckt habe oder so das ist ja auch immer durchaus möglich ach ich spiele schon wieder hier mit irgendeinem Kram rum der herum liegt das ist furchtbar ist egal was ich hier hinlege ich spiele immer damit rum wenn ich irgendwas erzähle äh ja genau immer die gleichen Worte äh ja genau wie oft habe ich die jetzt gesagt? sorry Entschuldigung dafür das mache ich nicht mit Absicht äh ja genau das war fürchterlich ja ich ähm ich wollte auch noch genau ich wollte auch noch äh äh Dingens City Skylines wollte ich noch ein bisschen spielen ach vielleicht vielleicht ne ne mache ich heute nicht mehr ich habe gerade so überlegt wie geht es mir gerade und so ne mache ich nicht mehr mach ich nicht mehr ähm genau dann ja ja jetzt jetzt aber wirklich ne ja jetzt ja wirklich genau äh ich wollte ich wollte noch schauen was man sonst noch für spiele Interstellar Rift haben wir noch gespielt das darf man nicht vergessen das ist eigentlich ein sehr sehr cooles Spiel muss man auch unbedingt wieder spielen gab etliche Updates ähm ja das wäre auch was das würde mich auch reizen Space Engineers haben wir gespielt da war ich am aufzählen was wir alles gespielt haben genau warte mal jetzt so ich mich auch leichter mittlerweile ist ja Steam auf jeden Fall auch da ähm Cloudpunk ist jetzt nicht unbedingt die Weltall gewesen aber es war auch schon sehr futuristisch Everspace haben wir gespielt Everspace haben wir gespielt Everspace das könnten wir auch mal wieder ja jetzt klar äh dann haben wir natürlich was haben wir sonst noch so wir haben etliches haben wir gespielt ähm ähm das habe ich noch nicht online habe ich Reassembly? habe ich davon was? nein habe ich nicht wäre auch nicht online Starbase 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 haben wir gespielt klar Starbase haben wir gespielt Starbound weiß ich habe ich gespielt weiß ich aber nicht ob wir es gestreamt haben oder ob wir es auf YouTube haben das bin ich gerade ein bisschen ich glaube das habe ich nur gestreamt ähm zur Information meine Streams werden nicht aufgezeichnet also wenn ich streame dann streame ich und dann ist das ein Stream und danach ist er weg der ist nicht da um sich das nochmal irgendwann anzugucken oder so äh was ein bisschen schade zwar manchmal ist ja gebe ich zu finde ich selber teilweise ein bisschen schade aber ich habe festgestellt ähm die Qualität ist besser wenn ich es nicht aufnehme beziehungsweise die Aufnahmequalität der Streams ist nicht so wie ich sie wie ich meine Ansprüche an die an die Videoqualität setze ja das ist das Problem ähm ich bräuchte dafür wirklich zu meinem Zocker PC einen separaten Streaming PC also ich meine der Zocker PC der kann auch aufnehmen nebenbei das funktioniert er kann auch nebenbei streamen aber beides gleichzeitig ja und spielen dazu das verträgt sich dann nicht ich habe mir schon überlegt diese Kiste mit der ich momentan rumspiele ob ich die einfach hernehme und ähm ob ich der so eine ja ja so eine einfache Capture Card reinstecke und sage okay pass auf da drüber was da was da kommt das äh stream mir einfach mal ab ins Netz das müsste ja das winzige Ding auch schaffen äh ja mal schauen vielleicht mache ich sowas vielleicht habe ich auch noch was hier was ich nehmen kann dafür lass mal überlegen ne ne also das Thema ist halt dass ich ich möchte ähm ja ich möchte eigentlich auch gerne alte Sachen nochmal nochmal zeigen nochmal spielen einfach die Sachen von früher nochmal so wie es halt damals aussah so wüsste eigentlich mal das alte das alte uralte Tomb Raider also das erste was das wenn ich so dran denke mit diesen mit diesen Ecken ja zack 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 die Figur total kantig aber ähm dem geschuldet dass äh ja halt die Auflösung nicht so besonders gut war beziehungsweise es mit Polygonen halt gemacht wurde wurde mit und ja und und Tomb Raider hatte damals relativ große Brüste im Vergleich zu heute also die wurden ja im Laufe der Zeit immer kleiner ähm war damals dem geschuldet damit man erkennt dass es auch eine Frau ist ja musste man da ein bisschen was machen und ja dieses bisschen was hatte man halt nicht viel anders hin bekommen damals ja das ist schon lustig irgendwie wenn man so drüber nachdenkt ja man wusste eigentlich große Brüste wählen weil man kleine vielleicht gar nicht gesehen hätte ja schön und man dann nicht gewusst hätte ob es jetzt ein Typ ist mit langen Haaren oder äh eine Frau außer anhand vielleicht dem das ja eben in kurzer Hose vielleicht ne daran vielleicht noch ja ja staturmäßig es war ja einfach nur so ein Pixelkasten also so hab's ich zumindest in Erinnerung müsste ich mal schauen wie es dann tatsächlich ist aber so hab's ich in Erinnerung vielleicht lag's auch am PC damals dass der halt einfach nicht besser war oder so also keine Ahnung ja egal ja jetzt aber wirklich jetzt aber wirklich ja entweder bis entweder bis bis ja zum einunddreißigsten dann ich denke mal abends erst weil ich muss ja wie gesagt ähm ja ich muss noch einkaufen ich muss noch ja auf die Stadt und so muss ich was zurückschicken das wie wir alles liegen und ja dann danach kann ich ja mal überlegen ob ich streamen kann ob ich dann noch fähig bin oder nicht ich hoff's ich hoff's ich hoff's wirklich aber wir werden's sehen wir werden's sehen an alle die dann die dann hoffen dass ich dass ich online komme und das nicht tue sag ich jetzt schon mal Entschuldigung wenn's nicht passieren sollte aber bitte habt ein Verständnis dafür ähm ja ich ja ich sage ja jetzt beim vom hier sitzen schon bin ich schon bin ich schon ein bisschen K.O. also ich will nicht wissen wie es mir morgen geht wenn ich dann vom Einkaufen zurückkomme und das ganze Zeug hier ins zweite Stockwerk hochschleppen darf ja naja okay gut also ich sag mal tschau ich sag mal bis morgen also für die die es heute also für die die es morgen erst sehen das Video dann bis heute ähm in der Hoffnung dass ich streamen wäre wie gesagt auf Twitch parnet better müsste auch bei mir auf dem YouTube Profil verlinkt sein ich guck da nochmal nach extra dass es auch auf jeden Fall drin ist ähm und äh ja ansonsten sehen wir uns im neuen Jahr wieder am ersten dann mit Ranger Hero im Let's Play und ja wie es dann weiter geht ähm also es wird auf jeden Fall mit mit Vintage Story noch lange weiter gehen da haben wir noch ein paar Folgen auf Lager die äh reißen noch nicht ab die sind schon fertig die sind schon äh die sind schon ja brauche ich nur noch hochladen eigentlich äh ja genau wieder die drei Worte verdammt nochmal haha ja ja und dann ab sechsten also ab also ab siebten besser gesagt bis sechsten läuft äh Renter Hero ab siebten weiß ich dann noch nicht so genau ähm ähm wie wir weitermachen also ob ich dann trotzdem noch nebenher was zeige oder nicht ähm ähm so wie wir jetzt auch noch mal wieder zurückbekommen also ja es hat halt meinen ganzen Plan durcheinander geworfen dass ich jetzt einfach mal krank geworden bin in meinen tollen Urlaub den mir keiner nehmen konnte und den ich jetzt auch nicht wieder zurückbekomme ja ähm ähm also die Zeit ist halt weg und das fehlt mir halt jetzt tatsächlich in der in der Planung die ich hatte aber gut ja wir werden sehen wie es passiert was passiert vielleicht finden wir irgendein cooles Game dass man dass man so auf die Schnelle dass man so ja das Problem ist Cities wenn ich so überlege da muss ich immer ziemlich viel schneiden oder sollte ich ziemlich viel schneiden also ich habe jetzt zwei drei Folgen aufgenommen gehabt und alle sind einfach über eine Stunde oder teilweise sogar zwei Stunden und ähm da werde ich auf jeden Fall äh schneiden müssen und das ganze kürzen müssen weil das ist ja was ich da rum gespielt habe an manchen Sachen an manchen Kleinigkeiten eigentlich äh dieses Spiel also ohne ohne move it und äh äh Tools sag ich mal bekommt man das doch gar nicht schön gebaut in in City Skylines also das Grundspiel ist doch gar nicht mal so geil wenn wir mal ehrlich sind das machen doch eigentlich erst die Mods cool naja okay dann äh herzlichen Dank fürs Zugucken ja schönes Silvester euch äh falls wir uns nicht mehr sehen ich hoffe dass wir morgen ein bisschen Rocket Science machen können ja vielleicht wisst ihr jetzt auf was ich jetzt anspiele was ich vor hatte so ein bisschen zu machen also wenn Arvorium nicht klappt wovon ich mal ausgehe dass es nicht klappt bei Arvorium wollte ich halt eigentlich nachmittags irgendwann schon anfangen so gegen 14 Uhr oder so oder vielleicht sogar schon früher äh einfach weil man damit man da ein bisschen Progress machen kann ja und dann halt spielen bis irgendwann mitten in die Nacht rein und wie gesagt jeder der da mitmachen wollte der hätte dann mitmachen können weil es halt einfach irgendein Public Server gewesen wäre vielleicht sogar irgendein Official Server oder irgend sowas ja aber nö ähm das werden wir nicht schaffen also werde ich nicht schaffen das weiß ich jetzt schon deswegen mal der kleine Tipp wo es hingehen wird also ich wenn ich was mache dann jetzt Richtung Rocket Science wahrscheinlich gehen weil es ist ja Silvester und wir dürfen ja selber äh keine Raketen bauen und wir dürfen ja selber ja wir dürfen was anzünden aber wir dürfen nichts kaufen toll super schön hat das gemacht Regierung ja ähm total sinnfrei meiner Meinung nach wer sich das Zeug beschaffen will der beschafft sich das der besorgt sich das äh es gibt im Internet genügend Adressen wo man das herbekommt und trotzdem es gibt auch äh man kann auch hier einfach über die Grenze fahren und kann das Zeug dort holen man braucht es ja eigentlich man braucht ja nur drauf gucken hat es CE Zeichen hat es eine Registrierungsnummer und ist es F2 oder niedriger dann kannst du damit an die Grenze fahren und kannst hier sagen beim Zoll guck hier ich habe meinen Kofferraum voll mit dem Zeug äh äh ich fahre ich fahre das jetzt ein und dann hast du das angemeldet und das ist gut und dann darfst du das also tja was soll dann die ganze naja sag mal nichts dazu sag mal nichts dazu ich merke gerade dass meine Cam ein bisschen flimmert ich sollte vielleicht echt nochmal schauen dass ich nochmal eine bessere herbekomme oder so wobei das schon eigentlich eine saugute wäre zumindest von den Bewertungen her ich finde es trotzdem krass dass das so flimmert gerade also es ist nicht dunkel bei mir im Zimmer also dieses verpixelte stört mich gerade extrem diese Pixel die hier überall rum flimmern im Bild finde ich nicht schön finde ich einfach nicht schön also ich kann mal was ausprobieren nur mal so spaßeshalber hier ist noch die Verpackung von meiner Maus von meiner anderen so Achtung fertig und ich sehe gleich nichts mehr jetzt werde ich jetzt schon kommen Moment 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 mhm 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 so uah hahaha ist jetzt besser jetzt ist besser ne ne ist immer noch so verflimmert ok also bringt gar nichts ach aus furchtbar viel zu hell aber gut war so ein Test ne mhm ja ok so ja tschau tschau bis bis dann bis dann macht's gut tschau tschau U